hallo und willkommen auf meinem kanal salokin ja heute geht es mir eigentlich ganz gut ihr habt ja im gestrigen video gesehen das ist mir nicht so gut gegangen aber ich habe mir sandy und spike geholt auf jeden fall krankes video muss die einmal abchecken genau nur noch diese broder fehlen mir und gleich bald krieg ich 8 bit weil ich schon hier gleich bald krieg ich 8 bit bald kriege ich tick genau ich mir fehlen nur noch keine ahnung 100 irgendwas genau 128 glaube ich leute heute wenn wir mit zählen die spielen wir zählen die mit spike und außerdem noch mit leuchten asenite und ich würde sagen wir fangen einfach jetzt mit leuchten asenite an mir gefällt dieser gerne sehr habe ich ja auch gestern im video auch gekauft für 99 jams lohnt sich auf jeden fall gleich hier die boxerin da gehe ich jetzt lieber nicht hin weil ich keinen bock habe gleich zu sterben ja ich wusste es schau du bist weg ich habe keinen bock zu gehen hat 5000 irgendwas leben ich kann maximal nur drei töten und es geht es gehen die beiden auf mich das ist gar nicht schön jetzt gehen wir hier mal außen rum und schleichen uns hier mal weg genau was sind jetzt hier deine probleme easy auch wieder geholt was ist denn heute los mit denen so ich sehe ich setze jetzt mal dass ihr mal sieht wie der bär aussieht er sieht geil aus muss man echt zu sagen mein helferlein ja aber gleich auch gestorben ich verschwinde jetzt hier mal dass die showdown machen ich glaube das klappt nicht selbst die kommt zu mir ich weiß dass sie zu mir kommt was was die war da lol habe ich gar nicht gesehen tschüss ist das gemein Leute mein papa mein vater spielt was also ja genau er hat auch crow weil er hat sich gestern auch äh den gewünscht ähm sagt schon er hat sich gestern auch äh 360 gems gewünscht genau kommt gern in meinen club genau hier ab benötigte trofäen null das kommt gern rein ab 3000 trofäen ist mein ältester ab 8000 trofäen ist mein vizeanführer äh genau und leute er hat einfach meinen freund original phoenix einfach mal weg gelassen weg einfach nur weg und leute ja genau wir spielen einfach nochmal ne runde mit leuchttnase nita ab geht's let's go alles let's go hier ok da ist jetzt eine shelly ok fuck ey verpiss dich mal nice nicht ey wir holen hier eine kiste nach dem anderen das war ein schuss umsonst das kommt hier leuchten nase nita oh fuck ok der hat seine ulti jemand schaut mir zu geil grüße gehen heraus an dich nicht doch natürlich natürlich ok er ist gleich weg gegangen geh mal weg hier häh ein bull lol als ob der jetzt einfach ein bull ok er benutzt gleich seine ulti oder gleich was heißt gleich ok ok er setzt gleich sein ulti das sieht man ihm an ja wie viele gehen jetzt noch auf mich drauf geht noch mehr ja moin Leute und es kommt da der bull ich sehs ja ey mein begleiter sieht so süß aus ok er hat er ist gestorben das war kacke ich mach ey mich dumm kopf ich sterbe ja genau das denke ich mir auch aber dritter Platz plus 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 kacke 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 meine Fresse nein machen wir gleich mal nicht stören an so ich würde sagen wir machen wir machen wir spielen es mit Spike und dann steigen wir uns bis Sandy mit Spike bin ich jetzt aber gerade nicht so gut genau genau ich habe einmal Fett Minus mit ihm gemacht weil das WLAN gesponnen hat alter ey du Spike Lutsch okay hier ist schon mal eine Sandy das wissen wir fuck fuck geh weg geh scheiße das meine ich das meine ich so hart alter komm wir machen wir geben ihm noch eine Chance und machen noch ein Spiel wir geben ihm noch eine Chance so okay da ist ein Bull ist jetzt nicht so geil aber ich glaube den können wir nicht besiegen der ist zu stark für uns glaube ich weil Spike ist jetzt auch nicht der stärkste okay er traut sich nicht das ist gut okay 2008 so wir haben 300 Leben dazu bekommen lol okay da ist ein Jean traut er sich fuck Ehre genommen fuck sieht aus wie ein Feuerwerk das wird abgeschossen na explodiert es in der Luft okay das war dumm guck du 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 das youtube Beruhig. Was? Der hat mich jetzt echt nicht besiegt. Alter Schwede, was ist das? Scheiße. Einfach nur echte Kacke. Okay, Leute, jetzt kommt die Superpower Sandy. Guck, wir spielen auch mit der zwei Spiele. Sorry, dass vielleicht das Mikrofon ein bisschen rauscht, aber das ist jetzt so... Ich finde die Schüsse auch von Sandy geil. Sieht schon geil aus. Da oben sind doch immer welche. Nicht? Loll. Wer will so herkommen? Scheiße. Das ist jetzt Kacke gerade. Das ist jetzt gerade so Kacke. Der hat Hoffnungen. Ne. So, ich nehme nämlich ab. Oh, fuck, ey. Was bin ich hier für ein Scheiß? Guck, okay, das nehme ich. Da camp ich jetzt mal kurz. So, gecampt. Ne. Was? Fuck. Scheiße. Du Haram-Kind! So eine Haram- Ja, stirb, Alter! Stirb einfach nur! Hast du verdient, du Haram! Okay, egal! Noch eine Runde mit Sandy! Mit Sandy wird gemacht! Boah, irgendwie tun mir richtig meine Schultern weh! Äh, eher mein Genack! Oh, nee, ey! Und jetzt kriegt er die Kiste, Alter! Was sind das hier für Leute? Und schau! Schau, was die macht! Ich bin aber auch selbst schuld, ich Dummkopf! Scheiße, Minus 2! Das hat niemand gesehen, oder? Okay, Leute, jetzt spielen wir nochmal einmal mit dem neuen Rico-Skin. Rico, G, keine Ahnung, wie man den aussprichst. Auf jeden Fall der Beste mit Rico! Der Rico auf dieser Map ist, glaube ich, auch nicht so geil. Muss man echt sagen, ne? Aber er ist Scharfschütze! Glaube ich jetzt, ja. Natürlich ist er Scharfschütze. Safe ist Scharfschütze. Der Arme, der hat Hoffnungen. Ey, ey! Ja, easy geholt, sagen wir mal so. Einfach nur komplett easy. Da ist niemand. Oh, da ist ein Spike. Okay. Der käme da. Fuck, ich bin so gebetet, das geht. Die sind beide gestorben, ja, moin. Okay, plus eins. Ich würde sagen, wir machen noch eine Runde. Das war ja ein alter Skin. Der war, glaube ich, schon mal hier. Aber mir hätte ein Weihnachts-Skin besser gefallen. Ja, tschüss, drei Kisten. Na, ist einfach so. Ich, ich aim mich. Ich bin ein Aimer. Kurze Aufladen. Fertig. Tschüss, Nebi hat eine Terra gehittet. Gehittet. Ja, genau. Tschüss, was da gerade geflogen? Ein Meteoritus. Schau, 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 das meine ich. Das hängt gleich wieder. Das kenne ich doch von heute zu gut. Aha, da will jemand Stress. Der hat keinen, das müsste eigentlich easy sein, die zu holen. Wenn da kein, der Darre kommen würde. Aber der haut jetzt ab. Und ich, Polin. Und die Terra, die holt mich nicht. Easy. Sechs Power Cubes. Ist schon mal gut. Ich habe gerade gesehen, dass es eine Boxerin war. Glaube ich aber nicht. Das wird so unnötig. Oh ne, das ist Mortis. Mortis ist so ein Hass-Brawler von mir. Ich hasse diesen Brawler übertrieben alles. Ja, komm her. Komm, was willst du jetzt hier noch machen? Ja, vielleicht Leben sammeln. Und was bringt dir das? Nichts bringt dir das. Terror Scout. So, ach du heilige Kacke. Easy geholt. Easy. Okay, Leute. Einmal erster. Halleluja. So. So, jetzt kann ich mir auch die abholen. So, Leute. Und bald kriege ich Tick. Tick, Tick, Tick. Genau, das schaffe ich heute noch. Und ich würde sagen, Ciao, macht's gut. Auch von Sandy-Seite. Macht's gut, sagt sie mir gerade. Per, 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 äh, per, äh, per, äh, per, äh, Mund, äh, per Lippensprache, Lippenlesen, genau. Sie sagt gerade zu euch, macht's gut, genau. Also, ich würde sagen, das war's mit dem Video. Ciao, ciao und ciao. 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 Ciao.